zu zweit hat auch Spaß gemacht mit Sascha macht sie immer Spaß Okay, okay, ich vergiss... Oh nein, okay, wir gehen wieder raus Das ist ja auch mal Thatcher, komm nimm mal Thatcher Mein Gott Ne, können wir mal danach anrennen zu mir? Nein! Ach so, dann kann der eine Bütchen schon vergessen Machen die die, die sind alle lost De, 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 de zu sein Oh, nee, pass auf Da kann auch keiner Auf geht der Drop on hier? Was soll das? Boah, das war echt alt Alter, der Maul crazy, wer bist du überhaupt? Alter Ich habe heute gute Laune Genau beim Runterspringen Genau guckt da auf nen Scheiß Dropper, alter Der ist da links Was? Das ist aber nur auf die Füße Oh, uff Junge, pass rechts Oh, was ist das? Ja, na wahrscheinlich, Alter Du hättest auch eigentlich planten können, so um die Ecke oder einfach warten, oder halt locken können Ja, ich wollte ja, aber dann hab ich den ja gesehen Ja, du hast den auch gesehen wenn du extra nach links noch gegangen bist Du hättest doch einfach planten können So, vergeben wir mal die Drohne Gehen wir grad alle, Eingang Warte, warte, darfst du ja mal gucken Nix machen, einfach gucken lassen Wollen wir mal Eingang Ist nicht schlimm Das war kein Eingang Ey, die ist so, die so wanted, Alter Das war schön, das war so schön, oh Gott Kommt euch das an Die hab ich, die hab ich, die hab ich so weich geballert Vor allem war ja, wir hatten, wir hatten Valkyrie geholt gehabt Ich hab direkt gehackshottet Du hast die ganze Zeit aufgemacht Die macht irgendwas, Alter Ich dachte, die macht irgendwas Weil das bei Jäger vorhin so war, wo ich reinkam Keiner hat die Holzwand aufmachen, zwischen Auen will Habe ich schrotziert? Warum kann ich hier nicht Sinn machen? Ey, ich hab jetzt die 4, aber ich will mir das nicht verschwenden Aber jetzt hab ich nicht schießen, ich bin direkt da Äh, das ist ja super optimal Oh nein, ich vergesse die Bütchen Scheiße Ah, hier vergesse die Bütchen Jetzt auch noch Die haben Schild Oh Gott, oh Gott Die haben Schild Die kommt! Die ist hier! Ah! Ey, ihr seid welche weg? Was? Boah, das ist kein Netzschot Boah, das ist kein Netzschot Mann, ey, so ein Drecksgame Ey Alles schief, also man hört keine Schritte mehr Das war los Das war los Das war los Das war los Ich lege es hinter den Scheiß Der Scheiß Misty, Alter Gib mal so aufm Sack, Alter Spring raus und gib ihn, komm Spring raus und gib ihn Okay Na, spring raus und gib ihn, Digga Ey, komm Ah, der Versuch war da, Junge Der Willi war da Ja, ja Er hat 80 Sohn, ja, ja, gut Freaket Alter, der macht das jetzt noch, pass auf Ali macht das easy Ah, ja, was wir machen, der muss eh rein Er muss eh rein, er muss so, dass so rein, ne? Das ist wohl Äh Au, 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 au Nein, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich Das ist die Dunkeln, aber Du hast aber auch Geht sich unterstürt und guckt euch die durch die Glasröhen Zum Runter durch der Gang kommt von hinten Ey, der ist doof Ach, da macht doch Schön, oder? Schön Ey, Junge Muss ich dich jetzt, muss ich dich jetzt mal wieder fordern, ja, ne? Vor allem, wie du erstmal so aufsiehst, ganz gemütlich Ja, da kam halt noch die Hocke, Digga 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 Das Ding ist, wenn du aus dieser Hocke raus willst, ich drück, ich schreie, du hast Kreis gedrückt grad zweimal, ne? Na, kannst du einfach rennen, oder wie? Ich drücke L3 Ne, ich drücke L3 mit dem Sprint, da stehst du sofort auf Also sprittest du, nein, ich drücke L3, ich sprinte Nein, nein, ich drück... Ach so, nein Nein, ich dachte jetzt, du hast was anderes gesagt, jetzt schild doch mal, Alter Krascher an Ihr fühlt euch zu, doch Nimm nächstes Mal Wolke über die ganze Steine, kannst du dir mit Steinen bewerten L3 L3 Verwäg dich Lukas L3 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 Ich will Lukas nicht gekickseln Ich hab den Bock, dass er wegen Eaktivität weg ist Wie Eaktivität weg ist Dann soll er ja nie Eaktivität... Ja, du weißt doch nicht, was gerade abgeht, alter Was Kuschelt mit Freunden? Was, ich an mich, keine Ahnung Ist er nur draußen? kann man doch gar drunter gesprungen alter hat hier ein bisschen fenster ja 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 234 aber wir haben er hat zum ersten Mann ich hab's gegen johann erledigt dass du jetzt ist es halt wie du es kann er mitten am reden in jahr gibt es in ihrem multi-player-modus Prozent zehn von Betäubungsgranaten geblendete Gegner Digger wie soll ich denn das machen in dennoch um mich aber die wollen es ist echt leicht und die haben die Karte aber er will er bereits in einer Sorge aber die ist tot tot abgarten hewlich aus der Klau Prozent oder alter der Gäste hat mich gerade so was man bisher hat mich da fast von ihm Was? Die Drohne wurde eingesetzt. Was soll ich noch? Ey, ich hab keinen Bock mehr, ich muss meine Tense wieder runterstellen. Alter, ich... Alter, ich hab meine horizontale Achse jetzt auch so 30% gekürt. Ich bin bei 28. Die Frage ist, wenn ich... Hold down. Nein, ich schreit's dann. Ach, Ficke. Oh, lol. Oh, lol. Hahaha. Wow. Hat das Magazin drin, aber hat's rausgenommen. Also sie hat Animation gemacht, dass es rausnimmt. Das war noch drin und hat's wieder reingesteckt. Hat nichts gemacht. Hat einfach nur die Hand da reingenommen, nach unten gezogen und wieder nach oben geruscht da. Ach, ja. Fuck. Die sind unten. Wie heißt denn der Scheiß? Beim Haupteingang... Alter, was ist denn mit ihm, Junge? Die fände ich oben, Gottverdammt. Hat gerade gesagt, Alter. Wie ging's los raus? Es war so klar, Alter. Es war so klar, dass wer rauskommt. Ja. Boah. Ey. Verdammt, ich hab die Galatern gedroppt. Okay, Vichy ist weg. Nicht schützt. Oli, wenn du dich für uns vielleicht angeballert hast... Das war... das war Flores. Flores hat dich richtig angeballert gerade. Hä? Keiner, ich hat Vichy angeballert. Ah ne, Freezy. So, ich mein, Freezy. Ja. Dich hat Flores gerade voll gut angeballert. Und jetzt? Ich muss doch nicht verarschen, Alter. Leute, das Ding ist jetzt, jetzt müssen wir alles gewinnen. Wir müssen jetzt alles. Jetzt müssen wir alles gewinnen. Jetzt müssen wir alles gewinnen. Oh mein Gott. Das sind wir. Das sind wir, natürlich gewinnen wir jetzt alles. Das ist normal. Ja, siehst du das? Das ist doch die richtige Einstellung. Boah. Alle! Alle! Alle Düber! Halt's Maul! Oh, what the fuck! Alle, Alter! Oli, jawoll! Ach, Scheiße! Ich hab'n nicht gesehen, die Leiche war ungefähr. Alter! Du renn! Freezy guck da rein! Du kaufst in den Raum, da kommen drei Leute auf dich zu. Das war, ich glaub wir sollten uns verteidigen. Ihr macht das wohl. Das Problem ist, keiner von ihnen kann den jetzt töten, ne? Die sind auch unsicher. Ja. Das war, wer verfolgt irgendwie witzig. Ey, ne, Oli, bitte lass mich raus! Das ist sicher nicht, Oli. Was willst du denn eigentlich, Digga? Ja, ne, das ist wirklich hier. War doch schon mal so. Da hast du irgendwie ne anders gemeint, weißt du? Ja. Ich werd' umgebracht, du wunderst dich, warum ein Jäger einfach stirbt. Hä? Oli, du warst Jäger? Ja, alles gut. Ist jetzt jemand vorne? Das ist ne deutsche Map, wir sind ganz halt Euronen. Wir sind Uno, Euronen. Ja, das ist ne deutsche Map. Nice. Da wurden die Camps kaputt. Hey, Walsch! Papi, sag mal. Das war ein Happy, Mann! Aber wo wollt ihr kurz? Ich spiel' nicht gut. Ich spiel' nicht gut. Ich spiel' nicht mehr. Ich spiel' nicht mehr. Oh, ist der Scheiße, Alter. Oh, Becker, das haben wir so voll. Von Ordnung wieder. Ne, ne, Oli lebt doch. Der macht das. Digga, die sichern. Achso, du musst mir den... Ich glaub, du musst dir den inlaufen. Die Hoffnung stoppt zulett. Die haben aufgehört. Voll nett. Ne? Voll nett. Ja! Schön! Hast du da? Ja, da, 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 da. Schön! Nächster Kapitel! Oh ja, oh ja, oh ja! Ich guck' bei Kamera. Achso! Ja! Ja! Nee, nee. Sporkade. Einen hab ich geholt. Hä? Ich hab doch grad vier... Hä? Ich hab doch grad vier Leute geholt. Nein, nein, nein. Ich hab einen Recruiting ganz am Anfang geholt. Der war in dieser Explosion. Sascha, warum kann man jetzt nicht kicken? Ja, ja. Da muss ja das Spiel von der war sein. Ich hab nichts auf die letzte Runde gewartet. Digga, jetzt hab ich grad nur beschissenes Timing, Alter. Alter, hab ich grad aufgerollt. Du kommst da rein, da kommen die drei Leute entgegen. Du denkst dir so. Okay. Das war so los. 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 Du kommst hat Mac. Bis zum nächsten Mal. Das war so los. Bis zum nächsten Mal.